Da geht's. Ich bin zwar über der Cam, aber es ist mir egal. Über der Karte, aber ja, ist mir egal. Genau. Jetzt kommen vielleicht mal ein paar Kämpfe und keine Sequenz. Oh, der reisende Händler. Retardando. Da! 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 Was sind sie? Was sind sie? Was bin ich doch keine Magie für? Diese paar Da kommen gleich noch mehr Ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wow, Wacca hat eine wirkliche Bedeutung aus dem Weg. Still in there. Wacca hat eine wirkliche Bedeutung aus dem Weg. Wacca hat immer so. Wacca hat immer so. Wacca hat eine wirkliche Bedeutung. 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 Und das war's. I hope you hurt them a little What is it? There were these all-bed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship. They even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship. But it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Um, was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Al Bed language. I see. So who's Sid? He's my uncle, but I've never actually met him. Mm-hmm. Wait. So that means you're all bad too, Yuna? On my mother's side. Yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Wakka about Yuna's lineage. The thing about Wakka, he never had much love for the Al Bed. Whoa. I gotta tell Wakka. I thought I told you not to tell Wakka. The game! Oh. 30 seconds left. The aurochs are launching an all-out offensive. A long pass from Leti. It goes through! Oh! Oh! He shoots! Goal! Unbelievable! The aurochs win the match 3-2. We won! We did it! We're in the finals! Not the most graceful win. If it was Chapu, he'd still be standing. Hey! Aren't you being just a little unfair? Excuse me? I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Wakka that, right, Lulu? And I don't think Wakka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. What's the call? So. So, then we're going to... What's the call? Die haben mich nicht gebraucht im ersten Match. Wir spielen die Gores auch. Meine Frau Yuna, bist du okay? All das wegen mir. Ich bin sorry, ich bin so sorry. Wie kannst du ein paar Al-Bed schüttet dich? Hey, lass es gehen, okay? Nicht mehr nach Al-Bed, okay? Sie sind ein Problem. Okay. 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 Ich werde auf die andere Seite. Bitte. Kamera! Kamera! Kamera ist ja einfach ein Gegner in diesem Spiel. So, jetzt können wir mit ihm reden. Okay. 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 Ich habe etwas zu sagen, die Leute. Nach dem Spiel, ich bin reingetet. Ich habe mir gesagt, das wird mein letzte Mal. Win oder lose. Ich werde blitzballen. Aber Sie wissen, seitdem wir hier sind, können wir gut gewinnen. Ja! Femme an der Bench. Ich stehe an der Bench. Er hat meinen Platz genommen. All right, boys, let's win this one! Let's make the goers goners! Let's plant! I saw you floating there, on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. But who could have imagined? A championship game between these two teams. Our legendary Luka-goers going against... The horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba. Das war's. Das erste Spiel ist das schwerste Spiel. Oh nein. Oh nein. Das könnte kritisch werden. Hmm. Ah verdammt. Oh nein. 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 Der ist ganz schön mutig, ne? So, nach Bots. Eigentlich könnte ich ja hier beim Spielen, ne? Was? Sveni da! Ein Spieler... ...und Tor. Na, verdammt! Ja, holt sie! So, die hat wieder vier am Arsch. Die will nicht vorstoßen und passen, okay. Hallo, was ist mit euch falsch? Mensch! Was wird das denn? Was wird das denn? Oh, wenn ich die Pech hab? Nein! Naja, nicht Schlusspfiff, Baba. Halbzeit! Muss ich zwei Tore schießen? Ein Tor ist schon schwer! Ja! Und es ist halftime! Alec Misch! Die goers sind einfach großartig, Baba. Richtig großartig! Die goers sind einfach großartig! Ja! Ja! Und macht das von mir? Fahne mit euch! Ausgut. Du, Mama! Schnell, also schnell! Ja! Schnell, wie schloß! immer! Alright, Hustle! Hustle! So, jetzt muss das aber laufen hier. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1-1 Das schau ich nie wieder Was ist hier mit ihrem Dribbling? Noch einer, noch einer Komm, ach, pack Oh, fuck So weit schaff ich nicht Aber halt, pass los Wer fängt sofort an den Fetisch Fetisch Der andere geht runter und der andere ist, keine Ahnung, im Nirvana Wie soll ich das denn gewinnen? Ach toll, jetzt habe ich zwei zum Vorstoßen Einen schaffe ich, dann pass Oh nein, er hat Ah Ah Dammit Was ist Oh nein 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 The fans are getting impatient, they're calling for some action The Oroch spirits are fading quickly Are they going down without a fight Ah Das wird nicht gut ausgehen Das schaffe ich nämlich Das schaffe ich nämlich Ich schaffe diesen Torrückstand nicht mehr Am Anfang ist man halt Das erste Match ist das härteste von allen Oh nein Danach ist alles Pille Palle Weil man kämpft ja auch gleich gegen die Stärksten Und ungelevelt Hätte man gegen die Orochs Ne die Äh die Sykes gespielt Hätte man schon vorher alle wieder Hätte man schon vorher alle wieder Hey Hey Where is that player going? He's leaving the sphere pool He may be injured HÄH Was wechsel um? Um To be honest I did kind of feel left out But It really was the Orochs And Waka show After all Ich muss zwei Tore schießen, das ist nicht einfach. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich muss zwei Tore schießen, 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 Natürlich geht er den Ich kann doch nicht gegen zwei Mann Es licht mich jetzt auf Komm noch ein Ach verdammt Es ist mir egal Das wird jetzt Mist Der hat den doch abbekommen Das war mein einziger Schock zum Sieg Das war's Dieses Spiel will ich gewinnen Das ist mir scheißegal Oh Das war's Jahres Sonst Resist